Hallo zusammen, heute stelle ich euch die Akrobatin Diana vor. Ich lernte sie auf einer Eröffnungsfeier kennen, hatte die Gelegenheit zum Filmen und habe sie auch angesprochen, darf ich das veröffentlichen. Also der Film ist auf Instagram, jetzt hier auf YouTube. Diana, wenn du zuguckst, danke für dein Vertrauen und ich hoffe doch an euch alle zusammen, das komme ich dann. Der kurze Clip gefällt. Ganz liebe Grüße, die Doris. Applaus